Hallo und herzlich Willkommen zu Smite Play mit Fritz und Lidl und Smite. Aber uns wird wahrscheinlich vielleicht eine Überraschung treffen, aber das sehen wir nach dem Intro. So, so, wieder angekommen. Hier sind wir. Wunderschön. Ja, also die Überraschung. Was ist da an der Tür? Oh, das ist ein Creeper, ein Creeper, ein schwarzer Creeper. Den ist nicht, nein, nein, ich spiel den nicht! Nein, oh. Also, das ist auf jeden Fall ein neuer Kollege, der Reudige. Reudige. Wir sind heute mal zu viert insgesamt. Das Lidl-Bro kümmert sich wieder ums Haus. Und ich und Marc und der Reudige hauen uns in die Mine. Warte, ich koch nicht auf die Spitze. Ja, komm danach. Alter, ich weiß nicht, wer, glaube ich, schon auswendig soll. Und heute, dürft ihr irgendwie richtig auf Diamanten geil. Hoffentlich klappt das auch. Deswegen was finden oder so. War sehr hilfreich. Sehr hilfreich. Du, 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 du. Ah, da runter geht's gleich, du, 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 du. Warte doch auf mich! Warte doch mich! Oh, vollends noch gefallen. Hinter euch. Ein schöner Weg mit Holz, schöner Weg. Hey, da hinten links ist Gold. Oh. Oh, Diamanten! Oh. Scheiß Diamanten, bist du tot? Wirklich? Wir haben zwar schon zwei Diamanten, aber eins, zwei, drei und das bei der Lava? Oh! Lol, er springt einfach runter. Was soll in die Lava? Nein, bitte nicht in die Lava fallen lassen. Überlege jetzt, was du tust, Fritz. Die will mich, die will mich schnell! Fuck! Also, das war jetzt nicht so gut. Mit Diamanten sicher? Ja. Warte mal, wir bauen uns da jetzt mal eine Treppe runter, komm her mal. Direkt da runter bauen. Wir müssen jetzt richtig überlegen, wie wir das da unten machen. Von unten die Lava wegmachen. Hoffentlich. Oh! Egal, du verlierst nicht viel Leben. Wo sind denn die Diamanten? Ah, hier. Das heißt, da weg waren, da weg waren. Also, liebe YouTube-Bauer, das ist wieder mal ein Glückstag, Diamanten. Ja, letzten Tag haben wir gar nichts gefunden. Oh ja, Ischen. Ja, Ischen. Und Kohle. Wir brauchen wieder viel Kohle. Oh, Stein! Nein! Diamanten muss man natürlich mit der Steinspitzacke, glaub ich auch. Oder mit der Eisen, oder wie? Mit der Eisen. Okay, warte, hab ich Eisen? Ist das Eisen? Ist das Ischen? Ja, das ist Eisen. Das ist ein schönes Spielzacken. Das ist ein Spielzacken! Egal, das ist dzisiaj. Dieses jetzt ist ein Spielzacken! Egal, danke. Egal, danke, das ist ein Spielzacken. Es ist ein Spielzacken! Das kann ich mir schon holen. Alter, aber das ist zu unsicher, weil... Lass mich, ich habe keine Items mehr. Lass mich da ran. Die fliegen da wirklich runter. Warte, warte, ich komme mit Wasser, ich komme mit Wasser. I'm incoming, Leute. Ja, passt, warte, gell? Warte, ich baue diesen Block jetzt ab. Geh weg, geh weg! Ja. Das muss klappen. Also runter. Nein, 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 nein. Leck mich, leck mich, leck mich. Geh hier rein. Geh hier hoch. Ey, wo seid ihr lang? Hinter dir. Wo? Egal, ich sterbe nicht, ich sterbe nicht in Rüstung. Wo ist die Mine? Wo seid ihr runter? Also ich weiß, wo ihr runter seid, aber wo seid ihr lang? Gleich noch Anna von... So, ist da auch Feuer drunter? Dann geht's weg. Ja, muss auch beim Sneaker. Nein, ich mache das hier, ich mache das hier. Ja. Ja, passt. Okay, wieder einen Block da ran, wieder einen Block ran. Ja. Ja, passt. Neu. Vier Diamanten. Vier Diamanten. Da hinten ist direkt auch noch Gold. Redstone nehmen wir direkt auch mit. Achso, ich sehe euch gerade. Brauchst du noch Wasser? Irgendwo Lavao schütten? Weil ich komme nur von kurz oben weg. Oh ja, ho da direkt überall was da hin. Das ist da alles frei, dass wir da chillig gehen können. Okay. Und wer ist da? Das ist sehr hilfreich. Leute, wer ist denn da jetzt ins Wasser gesprungen? Ah, die Fledermaus. ja direkt raus ja sehr schön kann uns eine spitzhacke machen und das abhacken und dann die zwei diamanten eine erste spitzhacke oder es nie eine diamant spitzhacke diamant und dann haben wir noch zwei diamanten in der kiste und das ist jetzt dunkel werden hier so das heißt stöcke und gleich eine diamant spitzhacke machen so man kann nicht mal ob sie die an abhacken aber warte ich gucke ob hierunter lava ist ja hier unter ist lava machen wir hier wasser hin ja da rein warte warte wir machen wieder meinen trick ich warte immer weg das heißt geh mal bitte weg es meint so und jetzt kann es abhacken bist du sicher? ja wie ein wasser kannst du dir wasser einmal nicht da lassen äh ich muss ich brauch das aber noch für die Fahrzeuge ja so schnell leicht das wasser da wieder da muss ich nur noch filmen warte brauche ich gleich da ab nein da fällt der in das warte ich snee mich auch hallo das ist das geht nicht in order ich snee mich auch falls er dann der muss direkt zu uns fliegen weg ist er reingeflogen ja warte jetzt kann ich dich da rauf stellen naja guck mal jetzt kann ich dich so rauf stellen mach den nicht unter dir mach den jetzt weiter kaputt also halt den neben da kannst du den sneaken und den einsammeln also wir kümmern uns gerade alles um obsidian das heißt wir werden kurz eine pause machen weil das könnte ein bisschen lang dauern aber wie kommen wir wieder nach oben warten? wir kommen dann wieder weiter zu sind miet bis gleich so liebe youtube wir sind wieder zurück wir haben jetzt obsidian abgehackt 14 stück das reicht und ein wasserfahrschuh gebaut ein wassereimer und ja ein bisschen abgehackt gold haben wir auch noch genug und eine erse spitzacke haben uns auch schon gemacht hat man eh noch bevor ich auf hause gedrückt habe gesehen diamants spitzacke nicht also so ja diamant eisen diamant ich kann euch jetzt eigentlich kräume mit dem wasser egal komm wir schauen da jetzt ein bisschen weiter hast du keine fackeln? da gibt es ja auch so interessante dinge also die fackeln sind für uns nur da damit wir den weg auch wieder zurück finden das ist sicherheit ah da geht es rauf ok da sind wir gekommen genau baut er den weg frei damit man den noch sieht oh ja richtig gerengst danach ich hab einen fisch geangelt gut gegessen jawoll kohle ein fisch geangelt alles kohle kohle alles weg machen wir können uns doch treppen bauen dann können wir schneller runter gehen doch ich hab doch was leistet das alles ich bin ja ich bin ich bin das ich bin das Ich farm da jetzt unten noch ein bisschen, weil wir brauchen das alles. Ich lass da nix zurück. Das ist da oben, da oben geht's weiter. Jawoll, Asian. Ja, wir oben auch Asian. Und, was macht's hier grad? Ich riech, dann hab ich mir in der Schlucht. Und ich werde das Wasser holen, was die ganze dumme Wasserfall macht, in der Schlucht. Wo? Ich mach den einen. Guck mal hoch, äh... Ah, da haben wir ein Grafting-Täbel stehen lassen. Nein, guck mal hoch. Guck mal einfach mit der Amal-Anspitzacke ab. Scheiß drauf. Boom. So. Und ich will jetzt mal sagen, das war unser Glücks-Let's-Play. Und, wie gesagt, wir waren zu viert mit Smite. Waiting, waiting is for my soul. A little bro. Der Reutige. A little bro. A little bro. Aber wir sollten jetzt mal unser Haus fertig kriegen. Und, ja, also, wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein und vielen Dank fürs Zuschauen. B Wenn ich es beschmember, spatialanzipieren. Okay, so wir sind mal dr. Tolle Bahnen rein. Vielen Dank.